Jeder hier zählt zu den Besten, die es gibt. Wer soll uns noch was beibringen? Captain Pete Maverick Mitchell. Wir sind hier auf Ersuchen von Admiral Kazansky, bekannt als Iceman. Er ist wohl der Ansicht, dass sie der Navy noch was zu bieten haben. Was das sein soll, weiß ich nicht. Bei allem Respekt, Sir. Ich bin kein Lehrer. Auf geht's in drei, zwei, drei, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Oh, Mensch, bin ich ja schon auf. Moin Moin, wir reden heute über einen Film, das ahnt ihr nicht, also vor allen Dingen nicht nach diesem Opener. Wir reden heute über Top Gun Maverick. Ich bin heute euer Teamleader, was nicht heißen soll, dass ich dadurch besonders hervorragende Autorität haben werde. Ich habe aber bei mir Gott sei Dank meinen Wingman Nummer 1 und Nummer 1A. Wingman Nummer 1 ist der Stu, hallo Stu. Hallo. Und mein Wingman Nummer 2 oder 1A ist Chris, hallo Chris. Ride into the danger zone, to take my breath away, to keep playing with the boys. And I have the need, the need for speed. Ich bin der Timo und ihr hört jetzt den Podcast zu Top Gun Maverick. Wir durften den Film vorab gestern in der Presseüberführung aufnehmen, beziehungsweise durften wir ihn nicht aufnehmen, wir durften ihn sehen. Die erste Anfangsfrage ist natürlich Top Gun, das Original von 1986 von Tony Scott. Chris, wie stehst du zum Original? Ja, da will ich nicht um den heißen Brei herumreden. Ich habe ihn mir ja zur Vorbereitung am Abend vor der Presseverführung nochmal angesehen. Und um ganz ehrlich zu sein, Top Gun suckt. Top Gun suckt hart. Ich finde, von allen 80er Jahren Blockbustern ist der am schlechtesten gealtert. Ich habe seinen großen Kultstatus nie so ganz begriffen. Die Flugszenen sehen immer noch gut aus, das gebe ich dem. In Anbetracht dessen, dass die da keinen CGI zur Verfügung hatten, sehen die Flugszenen immer noch toll aus. Aber die Love Story ist furchtbar cheesy, die Sprüche sind furchtbar cheesy, das Drama an sich packt einen nicht. Und der Soundtrack, der eigentlich gut ist, bis auf einen bestimmten Song, wird so oft gespielt, dass es einem aus den Ohren rauskommt. Also für mich war das schon immer nur gepflegte Langeweile vor schön aussehenden Sonnenuntergängen. Entschuldigung. Und du? Ja, ich bin ähnlich wie Chris auch kein Fan des Originals. Ich glaube, dass es ein durchaus wichtiger Film ist, der 80er, weil der sehr gut aufzeigt, was in den 80ern funktioniert hat und wie sich das Kino weiterentwickelt hat. Aber das ist einer von diesen Filmen, wo ich immer wusste, okay, der hat so, so viele Fans, der geht als Kultklassiker. Ich habe es tatsächlich nie geschafft, diesen Film in Gänze zu sehen, weil ich immer irgendwann einpenne. Ich habe ihn also immer so als Stückwerk gesehen. Und die letzte Sichtung, die ich vor ungefähr zwei Wochen hatte, habe ich dann auch über drei Abende verteilt. Und ich finde ihn auch wirklich nicht besonders gut. Ja, ich habe es ähnlich wie Chris gemacht. Ich habe ihn auch am Abend vorgesehen, hatte vorher gar kein Fan des Top Gun. Ich habe den ein oder zwei Mal gesehen und fand ihn damals cheesy, nicht gut gealtert. Habe ihn jetzt beim zweiten oder sogar dritten Mal, weiß ich nicht, ob es das zweite oder dritte Mal war, habe ich ihn jetzt am besten empfunden. Also nicht, dass das ein horrorsragendes Kino ist, aber ich mag Tony Scott. Ich mag Tom Cruise eigentlich erst so seit Mission Impossible 4 wieder so richtig. Ich finde den Film, ja, man merkt ihm seinen Alter an. Ich meine, er ist jetzt ja auch 36 Jahre alt. Aber ich gehe da durchaus nicht als Fan raus, aber ich habe damit meinen Frieden gemacht. Und ja, der Soundtrack von Harold Faltermeier, der pumpt schon ordentlich. Gute Grundvoraussetzung bei euch beiden für die Pressevorführung, um diesen tollen, 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 super, super tollen Blockbuster, der jetzt ungefähr 35 Jahre gebraucht hat, um gemacht zu werden. Ich glaube, seit 2000 immer mal wieder im Gespräch war, dass es eine Fortsetzung geben soll mit diversen Story-Entwürfen. Mittlerweile ist ja der gute Tony Scott leider verstorben, beziehungsweise hat Selbstmord begangen. Damit ist Joseph Kusinski am Ruder, den viele schon aus John Legacy kennen. Vielleicht in besserer Erinnerung oder auch in nicht so guter Erinnerung, Only the Brave. Ja, Tom Cruise spielt immer noch seine Paraderolle, Pete Mitchell, Rufname Maverick. Ansonsten haben wir ein paar neue Gesichter mit Jennifer Connelly und mit den jungen Haudegen wie Miles Teller oder Glenn. Heißt der Glenn Plummer? Nein, der heißt anders, ne? Glenn Powell. Glenn Powell. Ja, ich hatte das Gesicht irgendwie, kam mir bekannt vor, aber ich konnte ihn nicht zuordnen. Ja, wenn wir schon Synopsis Chris am Ball haben, Chris, spendierst du uns die Synopsis? Weitaus mehr als 30 Jahre nach den Ereignissen des ersten Top Gun ist Pete Maverick Mitchell immer noch als Captain für die Navy im Einsatz. Er geht einer Beförderung zum Admiral bewusst aus dem Weg, weil sie ihn an einen Schreibtisch verbannen würde und er dann eben nicht mehr fliegen könnte. Und die meiste Zeit über macht er jetzt Testflüge mit neuen Maschinen und einer dieser Testflüge endet in einem vollkommenen Desaster. Was die Navy dazu bringt, Maverick zurück an die Akademie zu schicken, wo er eine neue Gruppe von Top Gun Auszubildenden für eine Sondermission trainieren soll. Das Bekannte ist, unter diesen Auszubildenden befindet sich Bradley Bradshaw mit dem Fliegernamen Rooster und er ist niemand geringeres als der Sohn von Nick Bradshaw, Goose, dem verstorbenen Co-Piloten und ehemals besten Freund von Maverick. Und das Verhältnis zwischen den beiden ist enorm gespannt, da Rooster ja Maverick nach wie vor die Schuld am Tod seines Vaters gibt und auch diese geplante Sondermission sorgt für eine Menge Spannungen, denn im Fall eines Fehlschlags könnte sie eine Menge Leben kosten. Da hast du schön zusammengefasst. Und es ist wirklich sehr dramatisch, das muss man sagen. Ja, wir gehen jetzt noch ein bisschen wild über die Dörfer und fliegen vielleicht den ein oder anderen Haken in diesem Podcast. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Ich selber bin aber, glaube ich, für uns dreien derjenige, der am meisten still sein sollte, aus Gründen, die wir nachher nennen. Ja, erstmal vielleicht so eine kleine Impulsfrage. Style over Substance do oder fasst es das nicht richtig zusammen? Hält sich so die Waage. Also ich finde tatsächlich, dass der Film schon versucht, eine Geschichte zu erzählen und Charaktere zu zeigen. Ob die jetzt jetzt gelückt ist, sei ich mal dahingestellt. Aber es ist jetzt kein, wie ich finde, überstylisierter Actionfilm, wie jetzt in, weiß ich, Ultraviolet oder so. Also da wurde schon versucht, zumindest eine Geschichte aufzubauen. Natürlich sind diese Flugszenen die ganz klaren Highlights des Films. Da lässt sich gar nicht drüber diskutieren. Aber es wurde versucht, mehr zu machen, als einfach nur, seht hier, hier ist ein Jet, da ist der Himmel. Viel Spaß. Ja, kann ich mich eigentlich so anschließen. Tom Cruise hat ja seit einiger Zeit, also eigentlich seit er auch als Produzent tätig ist, ja hinter den Kulissen bei den Blockbustern, die er macht, immer viel zu sagen. Ganz egal, ob er als Produzent tatsächlich gelistet ist oder nicht. Hier in dem Fall war er es wieder. Und er legt ja immer darauf Wert, dass es eine Balance gibt zwischen der Action und dem emotionalen Aspekt. Bei Mission Impossible gelingt ihm das manchmal weniger. Trotzdem sind die Filme enorm gelungen. Aber hier merkt man auch, er hat sich den ersten Teil angesehen und merkte, okay, das Human Drama nimmt hier neben den Flugszenen eine Menge Raum ein. Also machen wir das hier beim neuen Top Gun auch. Deswegen, ich finde den Versuch auch nicht zu 100 Prozent geglückt. Aber doch, hier wurde versucht, eine Geschichte mit Hand und Fuß zu erzählen und vor allen Dingen mit Charakteren, für die man sich auch interessieren soll. Ja, und ich finde, aufgrund der Länge dieser Produktionszeit, jetzt sind wir wirklich mal die frühen 2000er, wo es im Gespräch war, wo Tony Scott noch Regie führen sollte. Es haben unter anderem sich ja an der Story und an dem Screenplay wirklich renommierte Namen wie Peter Craig versucht. Autor unter anderem von The Town beim Screenplay mitgearbeitet, bei The Batman aktuell. Dann natürlich ein Intimus von Tom Cruise mit Christopher McQuarrie, der am Screenplay mitgewirkelt hat. Und Aaron Kruger, den wir ja nun auch zumindest teilweise aus der Scream-Reihe so ein bisschen kennen. Verderben da viele Köche den Brei für dich? Nicht wirklich. Also ich finde, die Geschichte hat für mich jetzt nicht wirklich funktioniert, aber sie ist sehr klar inszeniert und umgesetzt. Sie ist sehr straightforward. Ich finde, da merkt man nicht so viel, dass da irgendwie gefühlt acht Drehbuchautoren aktiv beteiligt waren. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man es so herunterbricht, ist es fast schon ein bisschen fast eine Neuverfilmung des ersten Teils. Ja, ich bin da bei dir. Das ist schon sehr nah an diesem Requel-Legacy-Ding, was wir aus dem neuen Scream kennen, der das natürlich über die Meta-Ebene so ein bisschen auf die Schippe nimmt, aber im Endeffekt das Gleiche tut. Aber Chris, wenn ich dich da nochmal ins Boot nehme, du als Nicht-Freund des Originals bist natürlich dann auch prädestiniert dafür zu sagen, das hat so überhaupt nicht funktioniert. Oder wie ist das bei dir ausgegangen? Nein, also der Story-Ansatz war in Ordnung. Man hat natürlich bestimmte Aspekte wiederholt und auch bestimmte Figuren, die neu waren, hat man deutlich in die Position gerückt, um eben die gleiche Funktion zu haben wie bestimmte Figuren im Original. Es gibt da halt diesen, den Schauspieler habt ihr schon genannt, diesen Charakter, der den Flugnamen Hangman hat und der übernimmt ganz klar zum Beispiel die Rolle von Val Kilmers Iceman aus dem Original. Er ist dafür da, für Spannungen und für Streitigkeiten im Team zu sorgen. Ich fand diese Figur jetzt weniger gut als Iceman, weil sie mir hin und wieder ein bisschen zu böse erschien. Aber ich finde, der Film macht zumindest in dem Punkt einen guten Job, Aspekte des Originals zu wiederholen, aber trotzdem eine eigene Identität zu finden. Also das ist nicht eines dieser Reboots, die eigentlich nur als Sequel getarnt daherkommen. Das ist schon eine konsequente Weitererzählung. Ich stelle mal eine ketzerische Frage an Stu, weil er, wie ich ja, den neuen Scream sehr mochte. Hängt das eigentlich unmittelbar dann für dich damit zusammen, dass du Top Gun nicht mochtest, dass du dementsprechend auch Top Gun Maverick vielleicht nicht dem Großen oder das Große abgewinnen kannst? Ich muss gerade überlegen, aber ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ein Sequel zu mögen zu einem Vorgängen, den man nicht so toll findet. Ich hole mal ein bisschen aus, weil es ja doch mehr Requel als Sequel ist. Es ist ja schon so, wie Chris auch sagte, die Tropen, die Top Gun, das Original liefert, da hatte ich schon nach den ersten zehn Minuten das Gefühl, wir haben die alle auf so einer Check-To-Do-Liste abgehakt. Also ich glaube, der Film fängt mit der gleichen Einblendung an wie das Original. Dann kommt das Top Gun-Thema von Faltermeier und ich saß da im Kino und dachte, ich habe wirklich so geschmunzelt, weil ich dachte, dieser Film persifliert gerade das Original. Er kriegt dann aber irgendwann rechtzeitig die Kurve für mich. Und deswegen, und ich sag's nochmal, ich bin kein Fan von Top Gun 86 und dennoch muss ich sagen, dass dieser Film für mich erstaunlich gut funktioniert hat, auf nahezu allen Ebenen. Also was ich auf jeden Fall sagen kann, wenn ich da noch einhaken darf, ich bin mir zu 100% sicher, wenn man den Film mag, wenn man vielleicht auch mit dem groß geworden ist, ist es ja wie gesagt schon so ein 80er Jahre Klassiker, dann kann ich absolut nachvollziehen, dass man ihn abfeiert, den zweiten Teil. Und das ist dann auch umso verständlicher. Ich, der jetzt den ersten Teil nicht gut fand, hatte halt mit dem zweiten, also ich fand den nicht scheiße, um das mal gleich klarzustellen, aber es fehlte mir ganz ehrlich das Besondere. Ich hatte dann nicht das Gefühl, dass dieser Film mir irgendetwas Besonderes bietet, was natürlich absolut subjektiv ist, weil natürlich er definitiv ein paar Stärken hat, die aber bei mir einfach nicht gefuchtet haben. Zum Beispiel die Flugszene, aber dazu kommen dann wahrscheinlich später. Ja, Chris, wie war es bei dir? Ja, ich finde auch nicht, dass meine Einstellung zum ersten Teil das Urteilsvermögen hier irgendwie trüben könnte oder dass ich mich deswegen in diesem Universum nicht wohlfühle. Also ich mag den ersten, wie gesagt, überhaupt nicht, aber ein Tom Cruise Blockbuster im Jahr 2022 ist etwas komplett anderes als ein Tom Cruise Blockbuster im Jahr 1986. Und nur weil man eben hier wieder in diese Welt eintaucht, ist das trotzdem nicht das Gleiche. Sie geben sich natürlich Mühe, dass es sich so anfühlt und das tut es an manchen Stellen ja auch. Aber du hast ja komplett andere Autoren, anderen Regisseuren, anderes Team und es fühlt sich halt wie ein moderner Film an und das finde ich gut. Nur ich finde halt auch die ganzen positiven Kritiken von allen Seiten, die kann ich nicht teilen, weil der Funke nie richtig übergesprungen ist. Ich finde den natürlich handwerklich auch einwandfrei, aber es hat nie so unglaublich, es hat mich nie dermaßen mitgerissen. Ich war nie hundertprozentig emotional involviert und auch die Flugszenen, das war alles natürlich hübsch anzusehen. Aber ich habe niemals diesen Adrenalin-Push gespürt, den ich jetzt zum Beispiel bei den letzten Mission Impossible Sequels hatte. Das hat sich hier leider nie für mich eingestellt. Ja, ich glaube, ich gehe im Laufe unseres Gesprächs nochmal sehr auf diese Kritik ein, die ihr da beide unisono äußert. Wir können ja mal so ein bisschen reingehen in die verschiedenen Aspekte. Das Audiovisuelle können wir ja damit immer anfangen. Ich denke auch, da liegt ja der Fokus bei diesem Film. Ihr hattet jetzt schon angedeutet, die Flugszenen findet ihr beide relativ gelungen. Und ich glaube auch, dass viel davon ausmacht, dass man, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt hat, dass man weiß, dass sehr, sehr wenig bis gar nicht auf große Computertricks herein quergelegt wurde. Es ist ja tatsächlich so, dass die SchauspielerInnen dort in den Cockpits gesessen haben, aber sie natürlich nicht geflogen sind. Wobei ich da richtig Bock habe auf ein Making-of, um mir anzugucken, wie sie das dann gemacht haben. Aber ansonsten so Sequenzen oder besondere Dinge, die euch audiovisuell gepackt haben. Wenn ihr schon selber sagt, ihr könnt den Soundtrack nicht hören oder findet ihn bis auf Take My Breath Away, findet Chris ihn gelungen. Wie war es denn diesmal beim zweiten Abflug? Chris, vielleicht zuerst. Bezüglich der Musik wollte ich noch kurz einwerfen. Das fand ich eigentlich sehr amüsant, als man eben diese Vorspannsequenz hatte, die ja die Vorspannsequenz des ersten Teils komplett nachbildet. Und dann hast du den Music-Credit und da steht Musik von Harold Faltermeyer, Hans Zimmer und Lady Gaga. Sehr, sehr schöne Kombination. Ja, und dazu noch Lon by Fee, der den, glaube ich, produziert hat. Also da scheinen auch selbst beim Soundtrack irgendwie vier bis sechs Nasen involviert gewesen zu sein. Sehr, sehr schön. Ja, diesbezüglich auch. Ich fand, die Szenen aus dem Original, die sie jetzt wirklich nachgestellt haben, die hatten einfach auch ein modernes Flair, obwohl man eben ganz klar die Dinge aus dem Original nachstellen wollte. Zum Beispiel, jeder kennt die berühmte Volleyball-Szene aus dem Original, über die ja immer bestimmte Witze gemacht werden, die in eine bestimmte Richtung gehen. Und hier hast du eine Szene, wo die Kadetten oder die Auszubildenden Football spielen am Strand. Ist die gleiche Szene mehr oder weniger, ist mit einem modernen Song unterlegt, aber die fühlte sich nicht cringe an. Also ich finde die Volleyball-Szene aus dem Original aus heutiger Sicht wirklich ein bisschen peinlich. Weil in der Art und Weise, wie da, wie Tony Scott da mit Zeitlupen arbeitet und alles, ist es nicht so meins. Aber hier, die Hommage ist gelungen und auch der Wechsel ins Moderne ist bei dieser Szene gelungen. Und das gilt hier nicht nur für diese Football-Szene, das gilt eigentlich für alle Szenen, die der Film nachstellen möchte aus dem Original. Du hast hier zum Beispiel ja auch die Bar-Szene, wo da halt ein bestimmter Song gespielt wird und die Auszubildenden da eine gute Zeit miteinander haben. Die auch. Das ist eine schöne Hommage, aber gleichzeitig wirkt sie eben nicht unangenehm cheesy. Sie wirkt modern. Und der Ton, den der Film anschlägt, das ist eigentlich seine größte Stärke. Wenn ich ihn auch eben auf der Charakterebene nicht sonderlich packend fand oder auch auf der Plottebene. Aber der Ton, der hier angeschlagen wird, der verläuft auf einer sehr schönen Linie. Das hat mir wirklich am besten gefallen. Also ich finde schon, dass der Film am Anfang sehr wenig auf eigenen Beinen steht und wirklich für mich hart an der Grenze zu einer Persiflage ist. Und dann aber, wie du es ja richtig sagst, diese Cringe-Momente des Originals, die man heute natürlich mit so vielen Jahren Abstand durchaus wahrnimmt. Das will ich nicht leugnen. Übrigens auch die vermeintliche Sex-Szene zwischen Tom Cruise und Billy McGillis. Ich dachte schon, ich hätte Zunge bestellt, wäre da, glaube ich, die passende Zusammenfassung. Da kriegen sie in allen Momenten, finde ich, eine sehr gute Kurve und auch die Flugkurven stimmen. Denn die Action-Szenen haben mich durchaus gepackt. Also nicht nur durchaus gepackt, ich habe da nicht geschwitzt, aber sie haben zumindest verhindert, dass ich sehr, sehr schnell mein Interesse verloren habe. Denn, und dann darfst du gleich dazu auch was sagen, Denn natürlich hat Top Gun auch schon im Original das große Problem, dass der Film ja keinem politischen Menschen wehtun möchte, außer er hat ein Problem mit Militär an sich. Aber die Bedrohung ist in beiden Filmen, ich glaube im ersten Teil, wenn ich es zwar schon erst drei Tage her gesehen habe, aber im ersten Teil ist es so eine Rettungsmission, die in einem umkämpften Gebiet ist. Und dann spricht auch der damalige Admiral, spricht auch von der Gegenseite, sagt aber nicht, wer das ist. Und hier ist es genauso. Es bleibt also völlig im Dunkeln, woher diese Bedrohung kommt. Es ist nur klar, es muss was kaputt gemacht werden. Und das bitte möglichst so, dass möglichst wenig Verluste dort sind. Und das finde ich einerseits natürlich verdammt naiv aus heutiger Sicht, ist aber natürlich eingedenk der Produktionszeit, die dieser Film hinter sich hat und der Stimmung, in der er jetzt erscheint, durchaus ein cleverer oder vermeintender, ein bauernschlauer Trick, wie ich finde. Ja gut, aber er sollte ja schon Sommer 2020 erscheinen. Das darf man nicht vergessen. Der ist jetzt auch schon seit zweieinhalb Jahren fertig. Das ist richtig. Das mit diesem Gegenspieler, nenne ich es mal, der ja komplett motivations- und gesichtslos bleibt, fand ich beim alten Topkan irgendwie cleverer als beim neuen. Weil damals, 86, war das Feindbild ja ganz klar gesetzt. Kalter Krieg, Russland. Das sieht man ja immer schön an den James-Bond-Filmen, wie sich die mit der Zeit auch immer die Bösewichte geändert haben. Ja, wobei einmal hingehakt, natürlich als Historiker klugscheißer. 86 geht es ja so langsam in die Entspannungsphase. Ja, es geht schon langsam zu, aber trotzdem, glaube ich, war der Russe immer noch ein gern gesehener Antagonist. Absolut. Und jetzt diese neue Mission, ich hab, also das war halt irgendwie, irgendwo ein Fiktionalistan steht, also so ein Bunker, da muss halt eine Bombe drauf und dann nochmal eine Bombe drauf. Und das ist natürlich in so einem Gebiet, wo alles ist gefährlich, alles ist tödlich, ist okay. Aber jetzt, nur über die Action-Szene reden, sorry, ich bin gerade ein bisschen, pass auf. Ich kann das absolut verstehen, dass viele Leute, sehr, sehr viele Leute diese Action-Szene packend finden. Und die sind technisch, sind die einwandfrei. Die sind super umgesetzt, aber mich haben die null gepackt. Mich haben die wirklich gar nicht gepackt. Ich saß da und wenn mich ein Action-Film packt im Kino, dann merke ich das immer, weil ich halt wirklich auf meinem Sitz so entlang rutsche und an der Kante dann sitze und wirklich so geband, die Fäuste geballt. Und bei Top Gun saß ich da und dachte mir so, das ist eindrucksvoll, ja, aber es hat für mich nicht gewirkt. Vielleicht einfach fehlt mir da die Faszination für Flugzeuge. Vielleicht lag es auch einfach daran, weil, gut, da ist ein Flugzeug, das fliegt von A nach B, es scheint sehr schnell zu sein, aber für mich, ich habe da keine kinetische Wucht gespürt. Dann ist es mir lieber, wenn da irgendwie zwei Autos sich verfolgen oder man schmeißt sich gegen was gegen die Birne oder man baddert sich irgendwas um die Birne. Das ist mir, glaube ich, lieber als dieses Flugzeug, weil ich kann das nicht greifen, ich kann das nicht fassen. Deswegen kann ich leider nur sagen, die Action-Szenen sind, ich wiederhole mich, technisch einwandfrei und bestimmt mega aufwendig. Und auch ich bin sehr gespannt auf so Making-of-Material davon. Aber die haben mich null gepackt, gar nicht. Ja, ich gehe einmal gleich rein, dann darf ich, Chris. Mich haben die durchaus gepackt, weil ich mich natürlich, ja, einen Punkt gebe ich dir oder würde ich unterstreichen. Es ist natürlich dadurch, dass es sehr, sehr schnell geschnitten ist, will es nochmal mehr Dynamik reinbringen, als es vielleicht geben könnte. Ich hätte mir manchmal gewünscht, so etwas längere Einstellungen vielleicht, damit man auch mehr das verfolgen kann. Aber da fangen wir wahrscheinlich auch, oder tangiert es wahrscheinlich die Trickserei, dass man halt das nicht zeigen kann, was jetzt für ein Manöver kommt, weil das halt nicht Thomas Kreuz ist, der den Steuerknüppel rumreißt, sondern eigentlich der wahre Pilot oder die Pilotin. Aber ich fand's, und ich habe keine große Affinität zu Kampfjets oder zu Flugzeugen. Im Gegenteil, ich habe ja Aerophobie, wie viele wissen. Ich fand das sehr, 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 sehr geil umgesetzt, muss ich sagen. Weil gerade, was so den Bildhintergrund ansieht, wenn man das mal mit dem Original von 86 vergleicht, wo irgendwie immer so ein bisschen shaky cam ist und so der Hintergrund, eigentlich sieht man gar nichts. Und diesmal hast du wirklich ein griffiges Gefühl, dass die da langfliegen. Und selbst, wenn man das nicht weiß, glaube ich, bekommt man ein ganz gutes, haben sie es wirklich so gemacht Gefühl? Ist das jetzt wirklich mal echt? Und das fand ich eingedenkter Tatsache, dass wir irgendwie seit mehreren Jahren CGI-Schlachten und CGI-Brei bekommen, fand ich das eine wohltuende Abwechslung. Die hat mir richtig gut gefallen. Jetzt darfst du, Chris. Auf alle Fälle. Also, dass das hundertprozentig echt aussieht und dass man, selbst wenn da vielleicht hier und da wurde, garantiert mit CGI getrickst wurde, dass man das nicht sehen kann. Ja, das sehe ich ganz genauso. Nur, du hast selber vorhin den Schnitt erwähnt und dass vielleicht ein paar längere Einstellungen geholfen hätten, auch wenn das vielleicht nicht technisch umsetzbar war. Aber mir hat bei diesen Dogfights doch auch oft irgendwie die geografische Klarheit gefehlt. Also, ich konnte auch nicht immer ganz nachvollziehen, wer ist jetzt wo und wer ist gerade in Gefahr und warum. Und wenn das möglich gewesen wäre, dann wäre ich bei den Action-Szenen vielleicht auch mehr mitgegangen. Wobei, und das hatte ich so gestern auch gesagt, ich konnte mit den Action-Szenen nicht mitgehen bis zu einem bestimmten Punkt. Ich werde jetzt versuchen, Spoiler, so gut es geht, zu umschiffen. Aber es gibt halt einen bestimmten Punkt, wo die eigentliche Mission zu Ende ist. Und dann beginnt danach eine gewisse Rettung. Und von da an fand ich das wirklich sehr spannend. Von da an hat es mich gepackt, weil das Ganze dann einfach von der militärischen Ebene ein bisschen mehr in die persönliche Ebene ging. Und da hat der Film den, ich nenne es mal, den James Cameron-Trick gebracht. Du hast einen Showdown, du denkst, das war's. Und dann gibt's noch mal einen Showdown, a top on this showdown. Und da ging's dann wirklich, da ging's dann für mich richtig gut ab. Da war ich dabei. Aber es war halt ein bisschen, ja, too little, too late. Das ist übrigens das, was ich dem Film viel, also das wertet den Film, im Vergleich zum Original wertet das für mich total auf. Weil dieser Showdown im ersten Teil ist ähnlich wie bei Hotshots, total schnell vorbei. Und ich bin jemand übrigens, der zuerst Hotshots gesehen hat und dann irgendwann mal wirklich 20 Jahre später Top Gun. Das war noch so ein Funfact, den man noch nachliefern sollte. Aber ich bin da voll bei Chris. Also auch bis zu diesem Moment passiert ja von der Handlung nichts, also wirklich gar nichts, was einen überrascht. Und dennoch hat's bei mir der Film geschafft, dass ich investiert war. Ich war investiert in die Figuren. Ich war auch mehr investiert in die Figuren als im 86er. Ich war sogar ein bisschen mehr investiert als in Mission Impossible, und ich liebe Teil 4, also sagen wir zumindest Teil 5 bis 6 sind absolute Highlights in der Action-Historie des Kinos. Ich kann es auch gar nicht so, vielleicht kann ich es gar nicht rational erklären, was mich aber am meisten wundert, denn ich bin ja Jahrgang 84 und ich bin also nicht mit Top Gun aufgewachsen. Im Gegenteil. Ich habe ganz häufig in meiner damaligen TV-Zeitschrift immer gesehen, ja, jetzt kommt wieder irgendwie Top Gun, gucke ich nicht, habe ich keine Lust zu. Und habe mir den wirklich dann, ich meine irgendwann Anfang der 2010, auf Amazon Prime mal angeschaut und fand den, wie ich schon sagte, echt nicht gut damals. Und jetzt bei der zweiten Sichtung hat er mir nicht gut gefallen, aber er war für mich erträglicher als beim ersten Mal. Und einen Tag später guckt man die wirklich späte, richtig späte Fortsetzung. Und es hat bei mir leider Gottes alles funktioniert. Ich glaube auch, weil das so ein Film ist, den man in Zukunft nicht mehr so häufig sehen wird. Also ich fürchte, diese Art von Film wird so langsam, aussterben ist jetzt ein großer Begriff, aber ich glaube einfach, dass die nicht mehr so häufig produziert werden, weil ich würde mir jetzt mal mutmaßen, Tom Cruise ist so, auch dank Will Smith schlechtem Timing, der letzte große Superstar, der uns noch so aus der goldenen 80er Hollywood-Ära übrig geblieben ist, oder hast du? Ich finde, es gibt zwei Arten von Tom Cruise. Es gibt den jungen Tom Cruise und es gibt halt den alten Tom Cruise. Und ich kann mit dem alten Tom Cruise schon ein bisschen mehr anfangen. Vielleicht liegt es einfach daran, weil er seit ein paar Jahren endlich Titan Level 10 erreicht hat, ich weiß es nicht. Aber ich komme halt mit den, also Mission Impossible ist so, finde ich halt auch grandios. Also für mich ist der vierte Mission Impossible wirklich, ich liebe ihn wirklich komplett. Auch die anderen sind klasse, außer Teil 2. Und dann gibt es halt den 80er Tom Cruise, der sich glaube ich auch, der muss glaube ich erst noch so seine, ich sag mal, Blockbuster-Nische finden. Der hat natürlich auch viel versucht, um darstellerisch zu glänzen, also mit die Farbe des Geldes oder geboren am 4. Juli. Aber ich habe so das Gefühl, so seit 10, 15 Jahren, dass Tom Cruise sehr genau guckt, was kann ich machen, wo kann ich darin glänzen, ja, wo ist es perfekt, dass ich einfach Tom Cruise sein kann. Also, um es polemisch auszudrücken, ich halte Tom Cruise für keinen guten Darsteller, aber er ist ein guter Hollywoodstar. Chris? Ja, als Hollywoodstar ist er natürlich, geht er in seiner Rolle richtig auf. Ich würde ihn aber als Schauspieler schon als, er ist kein überragender Schauspieler, er ist kein Chamäleon, absolut nicht. Aber ich würde ihn da in dem Punkt auch nicht unterschätzen. Aber es stimmt, in den letzten 20 Jahren ist er hauptsächlich ein Actionstar und ein Schauspieler an zweiter Stelle. Und es gibt natürlich die unterschiedlichsten Gründe dafür. Manche sagen ja, nachdem es selbst bei der dritten Oscar-Nominierung nicht geklappt hat, hat er sich irgendwie gesagt, ach, ich bekomme den ja sowieso nie, weil die können mich alle nicht leiden aus verschiedenen Gründen. Deswegen mache ich jetzt nur noch einfache Sachen, die mich schauspielerisch nicht so sehr fordern. Ein anderes Gerücht war mal, was ich hörte, dass die Dreharbeiten zu Ice White Shut ihn so geschlaucht haben, dass er danach gesagt hat, na, von jetzt an nur noch leichte Kost. Vielleicht ist ein bisschen von beidem wahr. Aber es stimmt, der Hollywood-Star, der nur allein mit seinem Namen einen Film verkaufen kann und für ein ordentliches Box-Office-Ergebnis sorgen kann, den gibt es so langsam nicht mehr. Und wenn wir mal ganz genau hinsehen, dann ist Tom Cruise das ja irgendwo auch nicht mehr. Denn wenn wir uns Originalfilme mit ihm ansehen in den letzten zehn Jahren, Oblivion, auch von Joseph Kosinski übrigens, oder Edge of Tomorrow, die waren ja kommerziell eher mittelprächtig erfolgreich. Und er hat ja selber versucht, enorm viel in Sachen Franchises auf die Beine zu stellen. Neben Mission Impossible wollte er die Jack Reacher-Reihe etablieren, hat nicht so gut funktioniert. Dann der Totalausfall mit der Mumie und dem Dark Universe. Und er begreift halt natürlich hervorragend, wie das Business funktioniert. Und er hat halt gesagt, Franchises sind heutzutage das A und O und nicht mehr mein Name. Und deswegen versuche ich da halt mehr mich einzubringen. Was dann auch logischerweise jetzt zu diesem Film geführt hat. Ich muss sagen, Tom Cruise ist für mich so, was diese Ambition mit dem Franchise angeht, so ein bisschen wie Vin Diesel, erinnert er mich auch. Weil Vin Diesel ja auch irgendwie alle drei Jahre versucht, entweder ein altes Franchise von ihm wieder zu überleben oder ein neues zu starten. Ja, wobei ich nun, was das Schauspiel angeht, dann doch schon mal Tom Cruise. Ja, nicht etwa Schauspieler, aber ich meine allgemein, so was das Business angeht, finde ich, versuchen die beide wirklich, ja, auf ähnlichen Bahnen zu wandeln. Aber Tom Cruise ist da, glaube ich, schon ein bisschen erfolgreicher. Ja. Ich glaube auch, was so Backstage kann man nicht sagen, sondern was so in der Produktion läuft, sind sie auf jeden Fall auch ähnlich in der Machtausübung. Da habt ihr schon beide recht, würde ich sagen. Warum reiten wir so lange auf Tom Cruise rum? Weil natürlich Tom Cruise der tragende Charakter dieses Films ist. Das muss man wirklich sagen. Ich meine, der Film heißt Top Gun Maverick. Das heißt, er ist völlig klar die Hauptfigur des Films. Aber wie haben sich denn für euch die neuen Gesichter geschlagen, Chris? Also allen voran Miles Teller oder auch, jetzt habe ich schon wieder seinen Namen, Glenn Powell heißt er, Ja. Wie ignorant ich bin, dass ich mir diesen Namen nicht merken kann. Miles Teller war okay. Ich meine, er konnte jetzt auch nicht so viel machen. Ich glaube, er hatte, glaube ich, eins, ein oder zwei wirklich dramatische Szenen mit Maverick, wo sie dann auch mal wirklich über Goose gesprochen haben und wo Miles Teller ein bisschen aufspielen konnte. Aber man merkt halt ganz klar, Tom Cruise ist nicht so der Typ für die Übergabe der Fackel. Also es war von, ja, weil es wäre auch gut möglich gewesen, dass das diese Art von Sequel ist. Wir haben hier neue Kadetten an der Top Gun Akademie und die sind jetzt im Vordergrund und Maverick ist dann eher so eine Nebenfigur, ist nur der Mentor. So, so a la Han Solo in Episode 7 oder sowas. Und da war von Anfang an klar, nein, sowas macht Tom Cruise nicht. Wenn er dabei ist, dann steht er an vorderster Front und kein anderer. Und deswegen lag der Fokus auf seinem Charakter und alle anderen haben halt einfach nur so ihre Funktionen erfüllt. Also von denen hat mich keiner schauspielerisch gestört, aber hat mich auch keiner wirklich überzeugt. Ich meine, es ist schon bedenklich oder verwunderlich, dass wir in dieser ganzen Besprechung noch nicht einmal Jennifer Connellys Charakter erwähnt haben, weil jeder weiß, Jennifer Connelly ist eine hervorragende Schauspielerin, aber auch hier, sie war einfach nur da, sie hatte eben die Funktion als Love Interest, aber selbst sie konnte da nicht viel reißen, finde ich. Ja, da kurz eingehakt im Vergleich zum Original, wo ja Kelly McGillis wirklich diesen sehr, sehr cringen Satz sagt, so, und ich wollte nicht und ich kann mich nicht mit Kadetten und deswegen ist das so bescheuert, dass ich mich in dich verliebt habe und man denkt so, hä, okay, ja, habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen, weil hier irgendwie eigentlich nur so ein bisschen miteinander rumtänzelt und Tom Cruise eine sehr, sehr, wirklich sehr, sehr schmierige Lache hat und dich ganz, ganz komisch auch auf der, auf der Darmtoilette übrigens anbaggert. Herzlich willkommen im Jahr 2022, so eine Szene sehen wir hier nicht. Ich finde allerdings schon, ich, also ich gebe auch dir völlig recht, also der Charakter von Jennifer Connelly, die soll ja Penny Benjamin sein, das ist die, über deren Vater im ersten Teil gesagt wird, dass er da irgendwas mit einer Admirals-Tochter hatte oder so, wenn ich das richtig verstanden habe und natürlich bekommt die Figur nicht so wahnsinnig viel Fleisch, es reicht mir aber schon aus, dass sie im Gegensatz zu Kelly McGillis nicht einfach nur quasi wartet auf ihren Maverick, sondern dass sie tatsächlich so der aktivere Posten dabei ist und auch, ich fand den Aufbau sehr, sehr, weil es so minimalistisch war, so sehr schön, dass irgendwann, ich meine, ganz ehrlich, dieser Film ist spoilerresistent, weil es gibt hier wirklich sehr wenige Überraschungen, aber es wird halt immer wieder klar gemacht, dass eine rein platonische Sache wird bis zu einem gewissen Moment und dieser Moment ist wirklich ganz, ganz minimalistisch gemacht und den fand ich sehr, sehr gelungen und du sagtest das richtig, Jennifer Connelly ist eine wunderbare Schauspielerin und dementsprechend konnte ich das kaufen Zu den neuen Gesichtern war es bei mir tatsächlich wie bei Scream. Sie waren mir reichlich egaler als die sogenannten Legacy-Charaktere. Davon haben wir hier natürlich eigentlich nur zwei, nämlich Tom Cruise und Val Kilmer als Iceman, den wir hier in einer, wie ich finde, sehr, sehr geschickt geschriebenen Szene, die mich auch sehr, sehr emotional gepackt hat, den wir hier nochmal erleben. Ansonsten ist natürlich storytechnisch Goose nicht mehr auf der Bildfläche, ich muss übrigens sagen, Miles Teller, nicht nur durch den Schnauzer sieht er seinen Film. Können wir bitte über diesen Schnauzball reden? Machen wir gleich gerne, aber ich finde, er sieht ihm so unfassbar ähnlich, also Hut ab fürs Casting und ich weiß nicht, wie viel Make-up da noch notwendig war, aber die visuelle Ähnlichkeit zwischen Miles Teller und Anthony Edwards, den ja viele dann aus ER kennen, es hat mich echt von den Socken gehauen, muss ich ehrlich aber sagen. So, du, der Schnauzer, die Rotzbremse, die Pornoleiste. Ich, 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 also, das ist halt einfach eine funktionelle Story, ja, mein Vater hat dir vertraut, jetzt soll ich dir vertrauen, aber ich hab deine Mutter auf dem Schnauzball, ja, kennt man ja, ne, finde ich okay, aber, warum muss er diesen Schnörres tragen, weil ganz ehrlich, ja, er sieht seinem Vater sehr ähnlich, aber er hatte immer das Gefühl, so, dass er diesen Schnörres wirklich nur trägt, damit auch er den letzten Idiot versteht, das ist übrigens der Sohn von Goose. Ja, aber da würde ich kurz einmal reingrätschen, der Film kann das bewerkstelligen durch eine geschickte Montage, dass du das Original gar nicht, du musst das gar nicht kennen, sondern du kannst einfach auch so gucken. Dieser Schnörres war einfach so, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich eine Beleidigung. Aber das sind ja die Tropen, die dieser Film, gegenüber der Ästhetik. Ich finde ja, das sind die Tropen, die ich gar nicht... Seit wann ist ein Schnurzbutton ein Atrop? Weil das ist in dem Top Gun Mikrokosmos für wirklich, also für die Hardcore-Fans ist das genau das, was sie sehen wollen. Die von euch angesprochene Sportszene, die Funfact an dieser Stelle, die musste ja zweimal gedreht werden innerhalb von zwei Wochen, weil Tom Cruise mit dem Ergebnis nicht so zufrieden war und die ganzen Darsteller dachten, ja fuck, jetzt muss ich das Gym nochmal richtig hart besuchen, weil ich habe eigentlich schon wieder aufgehört mit dem ganzen Training, weil das war die letzte Szene, wo ich shirtless drin war. Das wollen wir ja, oder das wollen Top Gun-Fans ja doch wahrscheinlich sehen. Also es ist zumindest das, was ich mir einbild. Die wollen die Volleyball oder die Sportszene, die wollen... Es wird übrigens überraschend spät in diesem Film richtig erst geschwitzt. Das ist bei Tony Scott's Original anders. Da sind die Leute eigentlich immer Schweiß gebadet, Schweiß getränkt und deswegen gehe ich auch davon aus, dass die eine Rotzbremse erwarten beim Darsteller, der den Sohn von Goose spielt. Also bei Malz Teller, der dann Bradley Bradshaw spielt. Glaube ich. Ja, ich fand es halt auch ein bisschen albern. Also keiner hätte sich darüber aufgeregt, wenn der Sohn von Goose glatt rasiert ist und auch vom Zeitgeist her. Ich meine, einen jungen Mann heutzutage zu finden, der wirklich ironiefrei einen Schnurrbart hat, dass das... So jemanden musst du erst mal finden. Also modisch gesehen fällt der doch ziemlich aus der Rolle aus der heutigen Zeit. Ja, aber einer noch, ich akzeptiere alle eure Punkte und wie gesagt, ich sage auch, der Schnäuzer sieht auch wirklich nicht gut aus. Problem an der Sache oder meine Erkenntnis daraus ist, der Charakter hat mir, wurde mir so verkauft und ich habe es gekauft, dass er seinem Vater nacheifern wollte, egal welche Widerstände sich geboten haben. Und der Widerstand Nummer eins war die Mutter, die gesagt hat, du wirst niemals Flieger. Und der Widerstand Nummer zwei ist Maverick selbst, der seine Karriere ja um einiges zurückwirft. Ich glaube, von vier Jahren ist in der Handlung die Rede. Und das finde ich dann, das kaufe ich, weil mir das völlig klar ist, dass hier jemand sagt, dass der Film mir weismachen möchte und er konnte mir es weismachen, euch anscheinend nicht, dass hier jemand seinem Vorbildvater komplett nacheifert. Und der Vorwurf, du hast meinen Vater umgebracht, der wurde ja nur so, der war so immanent da, aber der war ja nie richtig herausgearbeitet, sondern es ging da ja viel eher um die Aktionen, dass Maverick ihn auf der Akademie einmal wirklich, ich glaube, um vier Jahre zurückversetzt hat und ihm eigentlich schon die Karriere gekostet hat. Und deswegen fand ich, das ist ein sehr, sehr runden Bogen für beide Figuren. Und das hat für mich, und ich bin ja, sag's ja nochmal, ich bin ja selber überrascht, wie gut das für mich funktioniert hat. Okay, dann sag ich nochmal ganz kurz was zu den Figuren, dann können wir das Thema gerne abhaken. Ich fand die komplett egal. Ich habe die auch komplett kalt gelassen. Jennifer Connelly, tolle Schauspieler, gebe ich euch absolut recht. Aber da war nichts, da habe ich kein Feuer gespürt, sag ich mal. Und die Figuren, ja, also die Darsteller geben sich da wahrscheinlich schon Mühe, aber wie gesagt, da kann ich nur ein Wörtchen rauskramen für die Figuren oder die Charaktere oder die ganze charakterliche Entwicklung für mich redundant. Ah, ich hätte jetzt beliebig gedacht. Beliebig auch sehr gut. Ich bleibe belanglos. Okay. Das ist krass, weil ich komme nochmal mit dem Screen-Beispiel. Ich finde, es ist eigentlich eins zu eins wie im neuen Scream und auch da haben mich die Figuren nämlich nicht so kalt gelassen. Was bei mir der große Unterschied ist, weil okay, ich finde, der Vergleich ist jetzt auch ein bisschen schwierig für mich, aber ich hatte beim Scream 5, nenne ich einfach mal, für mich einfach das Gefühl, dass die Macher da auch Spaß dran haben, ein bisschen auch mit den Erwartungen zu spielen. Und ich will jetzt da nicht tief reingehen wegen Spoilern. das hier, also Scream 5 hat versucht, Fans glücklich zu machen, aber auch mit den Fans ein bisschen zu spielen. Top Gun 2 versucht nur die Fans glücklich zu machen. Das ist für mich der große Unterschied. Ja, du sagtest ja, wir wollen da nicht so sehr rein. Ich finde, da macht Scream gar nicht so viel Überraschendes an der Stelle, sondern ist tatsächlich... Finde ich schon. Und ich habe recht, weil ich bin älter als du. So habe ich es gesagt. Ja, aber ich sagte ja schon, das liegt ja auch ein bisschen daran begründet, dass du das Original-Scream, genau wie ich übrigens ja, sehr, sehr liebst und dementsprechend dem Fünften, der ja wirklich ganz transparent die Meta-Ebene aufmacht und ich dachte wirklich, dass Top Gun das in den ersten zehn Minuten auch tut. Ich dachte es wirklich und habe mich sehr, sehr gewundert und dachte, was zur Hölle ist hier los? Und ich habe wirklich sehr, sehr gelacht. Ich glaube, das hätte ich gut gefunden. Ich glaube, es hätte ich gut gefunden, wenn Top Gun Maverick mehr wird wie Hotshots. Ich glaube, das hätte ich einfach abgefeiert. Ich glaube einfach, der Vorspann war nur eine gewollte Hommage. Ich meine, ich fand das ja auch, wie du habe ich ja auch dann eben das Original-Cream am Abend zuvor noch mal gesehen. Deswegen hatte ich ja diese Opening-Credit-Sequence noch sehr gut im Kopf und ich fand das wirklich amüsant. Da kommt das Paramount-Logo, dann kommt das Theme, dann kommt dieser kurze Blog-Text über diese Akademie und dann hast du halt den Flugzeugträger und du hast Danger Zone und wirklich bis ins kleinste Detail ist die Eröffnungssequenz des ersten Teils nachgestellt. Und ich finde nicht, dass das irgendwie so einen augenzwinkernden, satirischen Aspekt hatte. Ich finde, das war halt schon hier Fans, hier habt ihr es. Ein einziges großes Nostalgie-Fest. Los, schlagt euch den Bauch voll. Ja, und dennoch ist man so gefährlich nah wie bei Fast 9 an der Selbstpersiflage. Und das ist im Gegensatz zu Scream nicht mit dem Troll-Motiv wahrscheinlich dabei oder wie wir jetzt ja auch gelernt haben beim MCU. Sondern es ist ein Abarbeiten der Checkliste und dadurch, dass es so schnell passiert, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, okay, wen wollen die jetzt hier verarschen? Und das kriegen sie wirklich schnell in den Griff. Also ich würde mal sagen, dieser Geist von Tony Scott wird so einmal so inhaliert und nach 20 Minuten hat man den so verinnerlicht, dass der Film einfach Gas gibt und einen mitreißt. Ja, wir wollen es ja auch nicht zu lang machen. Habt ihr noch irgendwelche Aspekte, die ihr positiv oder negativ hervorheben wollt? Jetzt, wo es gesagt wurde, bin ich ab eines froh, dass die nicht alle familiär miteinander verbunden sind, wie bei Vin Diesel. Das möchte ich dem Film geben. Ja. Ansonsten will ich noch mal eins sagen, also wir haben über die Flugszene schon geredet. Ich kann nur noch mal unterstreichen, der Film ist technisch mehr als einwandfrei. Technisch ist der wirklich extrem gelungen und ich habe da wirklich, glaube ich, kein einziges Mal gesessen und gedacht so, hm, das ist jetzt aber ein komischer CGI-Effekt, weil wenn es da CGI-Effekte gibt, ich habe sie nicht ausmachen können. Und das kommt bei Hollywood-Blockbusters in den letzten Jahren sehr selten vor. Ja, ich unterstreite das nochmal, ich finde, da liebt der Film auch sehr von seinem Superstar Tom Cruise, weil man bei dem ja mittlerweile wirklich weiß, der macht so viel wie möglich selber und das hat er hier dann. der hat den ganzen CGI-Effekt alleine gemacht, zu Hause am Ende. Das ist genau das, was ich nicht meinte. Aber es ist schon auf die Spitze getrieben, wenn man auf einmal in irgendwelchen Kampfjets wirklich Schauspieler, die ein unheimliches Training auf sich genommen haben müssen. Chris, du noch etwas, was du ergänzen möchtest. Ja, wo wir über die Figuren reden und ja auch dann über die weiblichen Figuren gesprochen haben, ich fand es interessant, dass, wo sie ja im ersten Teil so einen wichtigen Platz einnahm, fand ich es doch interessant, dass Kelly McGillis Figur hier mit keiner Silbe erwähnt wird. Als hätte es sie nie gegeben. Auch dann halt mit der Love Story, ja, dann holen wir diese eine Figur zurück, die im ersten Teil kurz genannt wird. Ich meine, ja, wir wissen alle, wie Hollywood tickt so, das Äußere ist ausgesprochen wichtig. Das Alter auch. Das Alter auch. Ja, vielleicht ist Kelly McGillis nicht mehr so in der passenden Form. Hat sie selber gesagt, ja. Okay, ich nehme mal an, man hat sie auch gar nicht gefragt, ob sie zurückkommen wollte. Genau. Sie wurde nicht gefragt und sie hat auch selber gesagt, das hat wohl eher optische Gründe, ich bin einfach, sie hat selber gesagt, ich bin fett und bin nicht im Training. Und das darf man auch nicht vergessen, sie ist ja fünf Jahre älter, glaube ich, als Tom Cruise, während Jennifer Connelly jetzt hier acht Jahre jünger ist und das ist natürlich klar. Da kann man jetzt, ich glaube, Leader würde jetzt anfangen und wir hätten einen zehnminütigen Diskurs darüber, wie kritisch man das sehen sollte. Den hätte man wahrscheinlich auch zurecht. Aber nochmal, it's fucking Top Gun. Also, wir wollen schon bei den Leisten. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Flieger bleibt bei deinem Jet, könnte man sagen. Richtig. Ein kleines Fazit, du. Wie gesagt, du bist ja etwas weniger positiv als ich, deswegen darfst du mal anfangen. Also, nochmal, ich finde, der Film ist nicht schlecht, aber ich war dann doch schon eher unterwältigt, als ich aus dem Kino kam. Es ist eine militärische Fantasterei. Der Patriotismus und Pathos, finde ich, ist nicht mehr so krass dick aufgetragen wie im ersten Teil. Er ist etwas subtiler. Trotz allem, wer da jetzt nicht so gut zu sprechen drauf ist, der sollte gut überlegen, sich diesen Film anzugucken. Alles in allem ist es ein Film, glaube ich, für Fans von Tom Cruise und vor allem von Fans von Top Gun 1. Die werden mit dem Film wirklich eine gute Zeit im Kino haben. Und im Kino sollte man den auch gucken, wenn man nur geringfügig Interesse für diesen Film hat, weil da ist er für gemacht. Und ich war wirklich in der Hinsicht enttäuscht, weil ich habe den ja mit dem Chris zusammengesehen und wir saßen dann nachher noch und haben Kaffee getrunken. Und wie schnell wir nicht mehr über diesen Film geredet haben, weil er einfach, also zumindest für mich auch uninteressant geworden ist, fand ich schon überraschend. Deswegen von meiner Seite, ich würde jetzt wieder eine Anti-Empfehlung noch eine Empfehlung aussprechen. Macht es ganz einfach. Wenn ihr Tom Cruise mögt, geht rein. Wenn ihr Top Gun mögt, geht rein. Ansonsten ist das von meiner Seite aus kein Muss-Film. Ja, dem muss ich mich absolut anschließen. Ich würde mich eigentlich nur wiederholen. Deswegen ja, nee, ich sehe das ganz genauso. Ich war selber überrascht, dass ich da keinen emotionalen Zugang zu gefunden habe. Handwerklich einwandfrei, für Top Gun-Fans und Tom Cruise-Fans bestimmt ein Fest. An sich so betrachtet kein schlechter Film, aber es war irgendwie nichts für mich. Ich reihe mich in die Reihe der US-Kritiker ein, die sehr, sehr positiv über diesen Film geschrieben und bisher berichtet haben. Ich fand den richtig gut. Der hat mir gut gefallen. Ich bin kein Top Gun-Fan. Ich bin auch kein großer Tom Cruise-Ultra. Das habe ich mir vor Oscar Isaac aufgespart. Und dementsprechend, ich bin am meisten überrascht von mir selbst, wie gut der mir gefallen hat. Ich würde eine klare Empfehlung fürs Kino aussprechen. Also geht auf jeden Fall ins Kino. Am besten würde ich sagen sogar ins IMAX-Kino, um das richtig bei geilem Sound bei toller Optik zu sehen. Denn na klar ist hier die Action, die Schaubilder das Wichtigste. Aber der Film hat eine Menge Herz, wie ich finde. Der Film hat an den richtigen Stellen Humor. Ich habe in einer Pressevorführung selten so laute Lacher gehört und selber gehabt. Bei einem Blockbuster wohlgemerkt, nicht bei einer Komödie. Und dementsprechend, ich habe das letzte Wort in Sachen Fazit. Und ich habe eine klare Empfehlung. Geht in Top Gun Maverick. Und habt viel Spaß. Film geht 131 Minuten. Ich finde, man hat keine Sekunde Langeweile. Ansonsten sagen wir an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Tele-Stammtisch. Lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts da. Das würde uns sehr freuen. Wenn ihr Anregungen, Feedback habt, dann meldet euch auf unserer Homepage www.tele-stammtisch.de. Bei Instagram, bei Twitter. Wir sind überall. Der Chris ist bei Twitter, bei Instagram. Der Stu ist bei Instagram, bei Facebook. Ich bin das auch. Und ansonsten wünschen wir euch viel Spaß bei den nächsten Kinosichtungen, bei den nächsten Tele-Stammtisch-Folgen. Stu hat das vorletzte Wort, Chris hat das letzte Wort. Und ich sage schon mal Tschüss. Flieger, grüß mir die Sonne. Auf, auf und davon. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.